nicht haben. Malia macht immer so Gerät. Ah, okay. Und rein da. Geh an die andere Seite. Okay, muss ich jetzt alles selber machen. Nein. Ach, dann ist der ganz schnell gemacht. Das sieht aus wie so ein Gerät, so eine Fledermaus, Dings. Geld. Ach, die sind gleich weg. Ach, der Kryptonit kann er nicht haben. Das heißt, wir müssen hier mit Batman agieren. Wo ich natürlich kein Problem habe, denn Batman ist ja toll. Ah, das kann man aufbauen. Ah, gegen Kryptonit hat er echt was. Äh, 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 dann kriegt er ja seine Kräfte weg oder so. Heul nicht rum. Kann man da rein? Kann ich das nicht irgendwie... Ah, okay, der kann nach außen rum gehen. zack. Das ist aber echt Mord für den, ey. Dich auch. Machen denn die Joker-Leute hier drin, ey. Hör auf! Ah, es hat einen Kryptonit-Sauger, oder was? Nein, das ist kein Kryptonit-Sauger. Na, egal. Euch beiden. Boah, weg mit euch. Mal, wir brauchen irgendeinen Batman-Anzug. Gut versteckt. Mal, irgendwas müssen wir damit machen. Aber da wird zufälligerweise... Hm. Hm. Keine Ahnung. Warte mal. Kann man damit das... Hä? Was wollen die denn? Mal, mach mich nicht tot. Ich hab da keinen Bock drauf. Die Gegner sind echt das Schlimmste an dem Spiel. Die gehen einem einfach auf den Sack. Also, ey. Ei, ei, ei. Probieren wir nochmal... ...das Fahrzeug aus. Weil irgendwann mit dem Fahrzeug hat das garantiert zu tun. Das wären die nicht hier. Ich mach alles kaputt. Okay. Okay, das müssen alle Kisten sein. Bauen wir das mal eben auf. Das auch. Nein, nicht auf sie. Ah, bauen wir das erstmal auf. Der kann es nicht hauen, während wir bauen. Und das auch noch. Und jetzt noch das. Fahr. Und dasselbe auf der anderen Seite. Das ist ein Greifhaken, oder was das ist. Ah, hier noch was. Und hier. Das ist ein Greifhaken, oder was das ist ein Greifhaken? Okay. Was ist das denn? Ja, eine Rakete, Leute, ist das. Die wir jetzt erst finden müssen, oder was? Ja. Bäm. Und ganz viel Feuer, das wir gleich mit dem Eisstrahl ausblasen können. Hammer. Also wirklich, als ob ich ein Problem mit euch hätte. Das ist doch keine Herausforderung, ihr fahrflämmchen. Und schluss Siegowski mit euch allen. Nur weil das Ding golden ist. Ha, keine Nachproduktion mehr von euch. Erstmal alles kaputt machen. Mal, das hochfliegen, das darf man echt nicht vergessen. Ah, geht doch. Aber wenn man Superman hat, immer fliegen. So, Feuer. Also wirklich. Zack. War. Geld. Nein, runter. Ach, schade. Ein bisschen habe ich aber bekommen. Das ist jetzt der Schallanzug sein. Ja, Federmausanzug. Genau. Nice. Wow. Okay. Okay. Ah ne, das können wir nur mit dem Magnet-Ding machen hier, mit dem Bürger, aber Das können wir auch so lösen Zack Moin Nicht meine liebste Art zu reisen Nun sei nicht eingeschnappt Nicht cool Definitiv nicht Oh Das fette Lex Luthor-Symbol Wahrscheinlich Lex Luthor-Industries oder so Auf jeden Fall arbeiten die mit Kryptonit Auf jeden Fall Weil so grün ist Bob der Meister Ah, so sehen die aus, ey Imposant Was ist das? Eine Rakete oder was ist das? Na gut, es wird Baltak und die Wähler strömen zu den Urnen Also schlagen wir los Der Präsidentschaftskandidat Okay, es hätten nicht alle Lichter aus sein müssen Ziel Metropolis Abgeschlossen Superman Superman Lala 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 Okay Okay, ganz viel Geld Und zwei Minigids Perfekt Ja, es gibt zwei Steinschen Geschichte Fortsetzen Jetzt kommt sicherlich wieder so eine kleine Zwischensequenz mit einem Untertitel Dass wir es jetzt machen müssen wie Yacht in die Höhle letztes Mal Da kommt jetzt wahrscheinlich Yacht nach Metropolis oder Ziel Metropolis oder Lass uns jetzt auch hier gefahren Mr. Luthor erwartet Sie, Sir Okay, irgendwie habe ich gerade Bock hier rum zu fliegen